Schmerzt wieder nicht wahr? Diese Kreuzschmerzen machen Sie fertig. Sie können sich nicht bücken, nicht aufstehen, ständig schmerzen. Vom guten Leben, das Sie einst geschätzt haben, ist nicht viel übrig. Sie würden am liebsten schreien. Und Sie sind nicht allein. Wenn Sie einer der Millionen Menschen jeden Alters mit unerträglichen Schmerzen im Lendenbereich sind, können Sie jetzt aufstehen und jubeln. Denn es gibt Linderung für Sie. Simple, schnelle, einfache, wirksame Linderung. Instalife ist ein Akkupressur-System, das nie versagt. Beschwerden im Lendenbereich sofort beseitigen hilft. Den ganzen Ischiasnerv entlang bis hinunter zum Po, weiter zu den Unterschenkeln. Das Instalife-Kissen drückt sanft auf den Akkupressurpunkt in der Mitte des Wadenmuskels. So wird der Schmerz unterbrochen, ehe er sich auf den restlichen Körper ausdehnen kann. Sie werden sehen, im täglichen Leben wird Instalife oft lebensrettend sein. Statt quälende Schmerzen zu haben, fühlen Sie sich pudelwohl. Wenn Sie bei der Arbeit Rückenschmerzen bekommen, können Sie Instalife benutzen. Schmerzen beim Sport. Instalife ist die Rettung. Vorbei sind die Rückenschmerzprobleme, wenn Sie mit den Kindern spielen wollen. Kein Herumwälzen im Bett mehr. Schlafen Sie gut mit Instalife. Und natürlich, unter der Kleidung merkt niemand, dass Sie Instalife tragen. Instalife ist die beste Investition, die Sie je getätigt haben. Ein Besuch beim Chiropraktiker kann Sie ca. 200 Euro kosten und niemand braucht nur einen Termin. Nehmen Sie dazu noch die Medikamente, Notionen, Wärmekissen und Cremes. Dann geben Sie jeden Monat hunderte aus. Instalife ist ein Akkupressur-System, das nie versagt. Sofort hilft, Beschwerden im Lendenbereich zu beseitigen. Sie sind im Lächeln vor Freude statt Schreien vor Schmerz so nah. Sie sind Instalife so nah. Duvernalken in Lendenbereich zu fernen Schlenz nichten. Sie sind Termin target. Sie sind in Lendenbereich zu fielen.